Und Gott, meine Damen und Herren, habe ich das Vergnügen, Ihnen einen der größten Komiker aller Zeiten ansagen zu dürfen. Ein Mann, der die große Tradition von Buster Keaton, Charlie Chaplin und Hans Knacksenklauber lebendig erhalten hat. Es ist kein anderer als Jerry Lewis. Was? Jerry Lewis? Du magst! Jerry Lewis ist hier! Mensch! Hallo Lisa, Jerry Lewis ist hier! Gott, die Himmel! Meine große Liebe! Fritz, Jerry Lewis ist hier! Klasa! Jerry Lewis ist hier! Jerry Lewis ist hier! Wer ist Jerry Lewis? Komm, Kopf! Ich bin Jerry Lewis! Jerry, wir sind so froh, dass du uns in Deutschland besuchst! Oh, I didn't know you spoke German so fluently! Er sagt, ich wusste nicht, dass du Deutsch so fließend sprechen kannst! Jawohl! So fließend! Jerry Lewis ist hier! Ja! 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 Vielen Dank. 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 Portier war arm Hausmeister war arm Was ist ein Hausmeister? Don't ask me